2024 wird für uns, für die Ebertlangen ein spannendes Jahr. Ganz grundsätzlich halten wir an der Strategie fest, die wir seit mehreren Jahren jetzt erfolgreich fahren. Das heißt, wir wollen innerhalb Europas weiter expandieren. Wir wollen aber auch als Gruppe deutlich stärker zusammenwachsen nach den Akquisitionen, die wir bisher durchgeführt haben, nach innen wie auch nach außen. Und in Bezug auf das Portfolio kann ich nur sagen, wir haben schon wirklich ein paar interessante Hersteller und Produkte auf der Roadmap. Das Jahr wird es dann zeigen, ich kann da und will dazu jetzt noch nicht mehr sagen. Wir haben ein super qualifiziertes und motiviertes Team, das merken die Partner in der täglichen Zusammenarbeit. Da legen wir sehr, sehr viel Wert drauf. Das ist uns extrem wichtig. Wir versuchen immer den Partner in den Mittelpunkt zu stellen. Auch das ist, glaube ich, extrem wichtig. Channel only, ganz klare Strategie, die wir verfolgen. Und bei allem, was wir tun, ich glaube, das kann man abschließend sagen, steht immer der Partner im Mittelpunkt. Ob es die Auswahl von Produkten ist, ob es das Angebot an Services ist, ist es immer der Partner, der im Mittelpunkt steht. Und so arbeiten wir, so ticken wir. Und das ist wichtig.